Du Papa, warum ist der Mond so hell? Du Papa, warum fliegen Raketen schnell? Du Papa, warum haben alle Zäune? Du Papa, warum sind im Wald nur Bäume? Du Papa, warum sind wir Kinder klein? Du Papa, warum gibt es Sonnenschein? Du Papa, warum darf man nicht schwindeln? Du Papa, warum gibt es Winde? Warum, 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 warum? Du Papa, warum stechen die Bienen? Du Papa, warum fährt ein Zug auf Schienen? Du Papa, warum hat ein Tisch vier Beine? Du Papa, warum hat eine Schlange keine? Du Papa, warum muss ich schlafen gehen? Du Papa, warum muss man den Hasen mähen? Du Papa, warum trinkt Opa ab für Tee? Du Papa, warum fällt im Winterschnee? Warum, 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 warum? Du Papa, warum, 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 Du Papa, warum freut Opa sich? Du Papa, warum bist du ärgerlich? Warum, warum? Vielen Dank.